Hallo der Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 Bildet. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und ja, es geht weiter. Wir sind am Ansehen. 61 bis 63. Presse mal gerade den Hafer drauf mit unserer neuen Seemaschine. 8 Meter. 250 PS brauchen wir eigentlich. 180 schaffen sie auch, aber gerade so. Also das ist wirklich Leistungsgrenze. Und wir haben Pflegebereifung drauf. Wir haben kein Gewicht vorne dran. Also alle, die richtig hier den Realismus abfeiern, was ich selber auch tue, müssen sich leider Gottes trotzdem die Augen zu halten. Das ist so schlimm wie es ist, aber es ist so. Es tut mir auch wirklich leid, aber es geht halt einfach darum, welcher Traktor ist frei, wie sind wir am effizientesten und so weiter und so fort. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das Projekt unterstützen würdet, indem ihr ein Däumchen da lasst. Vielleicht habt ihr auch Bock, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Täglich neue Videos, macht gerne die Glocke auch auf aktiv. Joach, so sieht es aus. Ansonsten... Ähm... Ansonsten haben wir ein bisschen Impact mit dem Teufel gemacht, könnte man meinen. Wir werden aber schauen, ob es funktioniert, denn wir haben zwei L.U. Mitarbeiter beschäftigt. Also unser gesamtes Rübenerntekonstrukt, steht auf wackeligem Bein, ist ein Kappenhaus, was jederzeit zusammenbrechen kann. Aber es funktioniert aktuell und solange wie es funktioniert, werden wir es in den Vorentzügen ausnutzen. Ich erkläre euch gerade, was abgeht. Wir haben drei ziemlich große Felder Rüben zu ernten. Anderthalb Felder sind durch. Wir haben jetzt... Ähm... Zwei neue Felder. Oh, Moment, ich will den mal kurz auf Kost bringen hier. Mal Tempomat rein, da kann ich euch ein bisschen was zeigen. Die 38 läuft doch komplett mit der Rübenernte. Und die 31 läuft mit der Rübenernte. Na? So, so sieht es aus. Jetzt habe ich einen zweiten Lohnunternehmer organisiert von dem Herrn Althaus. Der hat nämlich... Äh... Der braucht den aktuell nicht. Das heißt, ich habe aktuell zwei Ernte laufen. Der Herr Blum hilft mir mit Abfahren und ich habe selber zwei Abfahrer. Also, wie ihr seht... Wild. Ein wildes Konstrukt, äh... Was jederzeit zusammenbrechen könnte, indem eben der Herr Blum sagt, er fährt nicht mehr ab. Und dem eben der Herr Althaus sagt, er braucht seinen LU-Mitarbeiter wieder oder, oder, oder. Aber so ist es. Ich bin gespannt, wie lange es funktionieren wird. Wenn wir Glück haben, kriegen oder bekommen wir die Felder tatsächlich volle Last durch. Also, das wäre... Das wäre richtig krass. Also, das wäre richtig krass. Das hätte ich auch im Leben nicht gedacht, dass wir es schaffen, in einem Tag, also einem Monat hier, ähm... Alle Rüben vom Feld zu holen. Also, da muss ich ehrlich sagen, da wäre ich selber ein bisschen, äh... stark begeistert von. Wichtig ist, ganz ehrlich, dass ihr mich ein bisschen unterstützt. Weil... Der... Weil... Äh... Weil der Herr, ähm... Althaus, äh... Ich hoffe, dass er mich nicht bescheißt. Das ist das Ding. Wisst ihr? Der darf ich... Wenn er mich bescheißt mit den Anhängern, dann haben wir ein Problem, dann verlieren wir Geld. Aber, naja. Ist halt so. So, wir ziehen jetzt dann noch die letzte Bahn gleich und rufen den Herrn Althaus trotzdem nochmal an und schauen mal, äh... So. Ich bin mal enttäuscht. Ja? Ja. Äh, und zwar folgendes, ähm... Wenn du abfährst... Ja. Es ist ganz wichtig, dass du dir die Fuhren notierst, logischerweise. Erstens für deine Abrechnung und zweitens natürlich auch, äh, für... Eine Abrechnung mit dem Unternehmer. Genau. Naja, ich hätte so gemacht, dass die Anhänger notiert werden und, äh, natürlich das, äh, passende Füllvolum. Genau. Also, wie viel du einfach... Ich brauche ja am Ende, wie viel du abgegeben hast und wie viel Anhänger du gefahren hast, ne? Genau so ist es, dass du, dass du halt ordentlich abbrechen kannst. Ne, das passt. Das habe ich schon auf der Agenda. Super. Ich stehe auch schon parat. Der Herr Einstein, der Fährte, Wiener 1 und... Ich wollte es gerade sagen, ich kann ja dem Herrn Einstein auch sagen, er soll dich anfunken. Wenn voll ist, dann kannst du ja nebenbei deinen anderen Käse machen. Ja, ja, das sowieso. Also, ich bin ja, ich kriege ja den Herrn Einstein, ähm, mit einer, mit einem Anhängerzug leer. Ja, genau, genau. Also, fast, fast leer. So. Genau. Und dann ist das gleich um die Ecke und der kann ja weiterfahren und das passt. Genau, deswegen, das kriegt man schon, Willi. Das rocken wir, Willi. Ich bin gespannt. Wir, gemeinsam. Ich bin gespannt. Das wäre ja... Das wäre ja... Vereint, Willi. Das wäre ja ein Pluspunkt für die zukünftige Zusammenarbeit, Mensch. Ja, siehste. Mensch, Willi. Alles klar. Ich habe es immer gewusst, Willi. Ich habe es immer gewusst. Und im Inneren auch. Hätte ja auch lange genug gedauert. Gut. Alles klar, bis dahin. Ja. Ciao, ciao. Ciao. Äh, ich meine natürlich den Herr Megblum nicht Althaus. Entschuldigung, wenn ich die ganze Zeit Herr Althaus gesagt habe. Ich bin ein bisschen aufgeregt, was die Erde hier betrifft. Aber ich meine natürlich den Herr Megblum, habt ihr recht. Der ist schon, äh, das ist schon ein schwieriger Typ, ne? Er hat 300 pro Anhänger gesagt, Chat. Ich habe es gerade auch gecheckt. Äh, das heißt, er will 600 pro Abfahrt. Aber, ey, dafür... Leute, Zeit ist Geld. Und wir sparen unfassbar viel Zeit. Also, von daher... Wenn zwei Eränder laufen, das ist brutal. Das ist wirklich brutal. Von daher gehe ich da eigentlich konform mit. Muss ich ehrlich zugeben. So, schauen wir doch mal, ob wir die zweite Düngestufe reingehämmert kriegen jetzt. Das wäre natürlich genial. Wenn ich den jetzt auf Helfer-Modus schalte... Dann soll... Wieso macht denn der so eine Flecken hier rein? Passt. Passt. Sehr gut. Sehr gut. Feld haben wir fertig. Müssen nur noch geweizt werden. Äh, und einmal Unkraut drüber. 50.000. Leck mich am Arsch. 50.000. Jetzt, das wird aber eine Nummer. Na dann. Dann machen wir unsere Rüben kaputt. Man kennt ihn. Auf geht's. Oh. So, der hat noch einen anderen Anhänger stehen, wo er natürlich abladen kann. Das ist kein Problem. So, also, für alle, die jetzt schreiben, äh, der Herr Alters kriegt da 40.000, äh, der Herr Alters kriegt da 40.000, äh, der Herr Alters kriegt da 40.000, ist erledigt. Habe ich bezahlt. Mit dem Herren, äh, Dings mit dem Förderbänder bin ich mir einig geworden. Mit dem Kalkstreuer ist auch alles bezahlt. Und abgerechnet, von daher entspannt, meine Lieben, entspannt. Der kommt nicht in die Gänge, ey, du, du, der passt doch, der fährt ja trotzdem. Seine 50 erreicht er trotzdem. Ist nach der ersten mit 50.000 Liter Rüben drin, ey, Leute. Was erwartet ihr? Wir müssen gucken, wir wissen keine großen Berge hoch. Deswegen passt das. Und, äh, ja. Steht da so einsam, Leute. Jetzt gleich schnauze. Ja. Ja, Willi, was geht denn bei dir her? Ja, äh, alles gut. Alles gut, bin auf meine Wasserrechnung gespannt. Das ist schön zu hören. Oh, Alter, sag mal, fährst du gerade vor mir auf der Hauptstraße? Nee, ich hab dir gerade deinen Ladewagen zurückgebracht. Ey, hast du, guck doch mal mein Allee an mit den Lampen da in dem Bord. Ja, komm, ich komm noch mal zurück. Ja, ohne Witz. Guck mal die Allee an mit den Lampen und den Bäumen. Ja, pass auf, ich hab dir da, äh... Passt du lieber auf. Ja. Wuhu. Hallo. Hallo. Hallo, guck dir doch mal die schöne Allee da hinten an. Ich schau's mir an. Ja. Ich hab, äh, deinen Ladewagen zurückgebracht, Schroh wieder reingemacht, Silager, äh, sind hier mittel hab ich mal wieder voll für dich gemacht und sauber gemacht und steht bei dir in der Hand. Ach, so kenne ich den Tino. Oh, das sieht aber schick aus. Gefällt dir das? Das gefällt mir wirklich, das hat, hat sogar wirklich was, ja. Hm. Ist schön, wenn man da langfährt, finde ich. Das bringt ein Flair hin, ja. 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 Ja, war ich sogar ernst, das passt. Das sieht gut aus. Danke dir. Ne, äh, super, wenn das alles so geklappt hat und, und so, dann passt das. Ja. Okay. Dann, danke dir vielmals. Jetzt wird den Unternehmer anrufen. Ja, ruf den Unternehmer an und Rechner ab. Ja, genau. Wir hören uns. Ciao, ciao. Tschüss. So. 50.300... Hallo? Äh, Willi, hallo. Ja? Hier ist, hier ist, äh, ne, du willst mal das. Fremsi Flower, hm? Richtig. Äh, du, Willi, mal eine Frage. Trag ruhig. Du hast doch die LUs auch immer gut beschäftigt, ne? Äh, ja. So. Ähm, du pass mal auf, die sind doch, das sind doch echt sympathische Jungs. Äh, die passen in die Welt, definitiv. Außer die, die Unfug treiben. Ja. Ja, gut, da gibt's ja, so viel gibt's ja da nicht, ne? Gott sei Dank nicht. Aber, Willi. Mhm. Guck mal, es dämmert doch schon langsam. Ja. Und was schmeckt denn am besten zum Feierabend? Tja, wenn denn irgendwann mal Feierabend ist, der wird heute leider 22 Uhr sein. Das ist ja kein Ding, das ist ja kein Ding. Aber, Willi, was schmeckt denn da am besten? Zum Feierabend? Wahrscheinlich bist du jetzt auch irgendwie hinaus auf den Steak und im kühles Blondes oder sowas. Willi, pass öff. Ja? Nur mal so als Idee. Ja. Und ich denke, die Idee sollte von dir halt umgesetzt werden, weil du halt so, weißt du, du bist halt so dieser Sympathieträger. Ha, erzähl ruhig weiter. Ne, wirklich, hab ich von dem L.U. so gehört. Okay, wieder mal wieder. Und, ähm, Willi, was hältst denn du davon, wenn du dem L.U. ein Feierabendsbierchen spendierst? Das mach ich immer. Die haben immer die Kiste Bier, kriegen die von mir. Naja, also die würden sie, also die würden sie... Weil, ne, warte mal, was wird denn das? Das ist doch schon wieder ein ganz komisches hier. Warte, 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 warte. Wieso denn? Was denn? Ne, Willi, ohne Hintergedanken. Wirklich, ohne Hintergedanken. Ja, ne, 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 die Kiste Bier will ich dem L.U. immer hinstellen. Na klar, für die gute Arbeit. Okay, einziger Hütter, wirklich fürs L.U. gibt's Bier. In Hülle und Fülle. Wie immer quasi. Ich, äh, ganz ehrlich, ich kläre das mit dem L.U. Naja, aber du hast ja schon bejaht, im Prinzip. Ich, ja. Finde ich top, Willi. Ich freu mich auf die 50 Liter Bier und, äh, auf das Steak. Willi, du bist ein guter Mann. Wenn du mal Präsident werden willst, ich überlege dich zu wählen. Alles klar, will ich zwar nicht, aber danke trotzdem. Wo soll ich denn das hinkippen? Was denn? Na, die Rüben. In den Chakabit-Katter. Habt ihr schon mal gesagt, soll ich sauer sein? So, pass mal auf jetzt. Hier, da, wo ich dir gerade entgegenkomme. Ja. Bis ganz, ganz nach oben. Und oben dann, da musst du ein bisschen, äh, fahren können. Das ist doch kein Problem. Wie viel Liter hast du drin, äh? Du brauchst einen Präzisionsfahrer, du hast einen Präzisionsfahrer. Wie viel Liter kriegst du weg? Na, 38 glatt. 38 glatt, okay. Richtig. Gut. Alles klar. Gut, mach ich. Ich freu mich auf die 50 Liter. Willi, du bist mein Mann. Alles klar, ciao. Wenn du nicht vergeben wirst, wird's heuer. Ja, ich weiß auch, dass ich Willi heiße übrigens. Okay, Willi, mach ich. Bis dann, ciao. Ey. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, ist mit ihm zusammenarbeiten. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist wirklich mit ihm zusammenarbeiten. Ah, der ist auch schon voll, wahrscheinlich, ja. Fertig gedüngt. Perfekto. Weiß nicht, warum die scheiß Blinke immer angehen. Ich funke da auch gar nicht oder sonstiges. Ja, Quasselstrippe ist kein Ausdruck, Leute. Quasselstrippe ist für den kein Ausdruck. So, jetzt aber ganz schnell hier die Dünge drüber und Pflanzenschutz. Ähm, Weiz und Pflanzenschutz kriegen wir auch wieder mit einmal weg. Passt doch super. Das ist eine geile, ey, das ist wirklich eine geile Nummer hier. Das hat gut geklappt. Und dann haben wir das Feld hier unten mit Hafer komplett fertig. Nein, hör auf damit! Ist das ein Katastrophal, das ist ganz ehrlich. Äh, einmal Hof. Der kommt von da. Klappt. Der ist da, der ist auch da. Der fährt. Gut, wir machen folgendes, ähm, dass wir nicht wieder Ärger bekommen. Den fahren wir selber. Bis zum Feld schnell, dann kann der Entleeren, der Eränder. Passt. Blumen hat falsch abgeladen. Blumen kippt falsch ab. Warum? Och nee, oder? Die Whisky-Produktion. Ist der schon wieder voll? Och Mann. Das ist doch kacke. Macht der das wirklich? Er hat jetzt wenigstens, war es wenigstens unabsichtlich. Also ich sehe, dass er gerade mit dem Unternehmer telefoniert. War unabsichtlich. Er schaut schon mit dem Unternehmer, war nicht extra. Okay. Ganz ehrlich, an der Stelle, sage ich euch, wie es ist, glaube ich sogar, dass es wirklich nicht mit Absicht war. Ich glaube ihm wirklich, dass es nicht mit Absicht war. Ich will ja jetzt, äh, äh, telefonieren und nehmen. Alles klar. Okay, super. Gut. Okay. Dann, ich bin gespannt. Ich habe hier eine Riesenliste mit verschiedensten Zahlen. Ich habe keine Ahnung, wie viel bis jetzt er abgeladen wurde. Wird wild. Wird auf jeden Fall wild. Bin ich sehr gespannt. Können wir wieder ein bisschen in Inlandsicht fahren, Leute, ey. Haben wir auch lange nicht gehabt. So. Hallo, hier ist der Fässer. Willi hier. Mhm. Willi. Wodka, Wodka ist nichts gut. Ich glaube, ich habe falsch falsch gemacht. Wodka, nichts gut. Willi. Ach, Blümchen. Willi. Hast du es geklärt mit dem Unternehmer? Ja, ich habe gesagt, es ist ja erst vorbei. Ja, ja. Ich habe schon gehört. Willi, äh, besteht das echt scheiße? Ich wüsste es echt nicht. Besteht das die Möglichkeit, ob du es dir auszahlen lässt oder was? Ja, ich, äh, äh, ja, passiert. Hat er dir gezeigt, wohin? Äh, nö. Ich nehme aber an, ich sehe jetzt hier oben gerade zwei solche Dinger. Ich kipp das da einfach mal rein. Ich bin gerade selber im Industriegebiet. Warte eine Sekunde. Okay, also nicht einfach reinkippen und dann gucken. Nee, ist immer schlecht. Nicht. Haben wir gerade schon gesehen. Ich bin, ich bin schon oben. Ich, äh, warte mal, wo bist du denn? Warte, ich komme hochgefahren. Ach, hä, hä, wo wolltest du es denn da reinkippen gerade? Na, da unten stand ich gerade. Nee, oben. Na ja, na, hier hinten ist doch was zum Abkümmeln. Nee, oben, oben, oben. Okay, warte. Ach, da hinten, das finde ich doch keine Sau. Oh, natürlich. Alter, du fährst du unten rein und ketzt gerade hoch. Das war's. Guti, ich rufe mal den Unternehmer an und guck mal, was sich da machen lässt, ne? Okay. Okay, Willi, es tut mir leid. Echt. Alles gut. Ist das jetzt schon deine zweite Fuhre quasi? Ja. Ja, das wird ein straffes Programm werden. Ja, ja. Alles klar. Klicke mal hin. Guti, ich rufe den mal an. Juhu. So, Fuhre habe ich notiert, Leute. Ja, anders. Ja, moin. Da habe ich dir eine Birne eingestellt, hä? So, Alter, was ist hier los? Ist das hier ein Güterbahnhof oder was? Das hier oben ist ein richtiger... Das hier oben ist ein richtiger Güterbahnhof. Das kannst du wissen. Junge, Junge. Sag mal, hast du dem Dully nicht erklärt, wo er das abladen soll? Doch, doch, ich habe dir das erklärt. Ich habe dir das erklärt, habe ihm das alles gesagt, habe ihm das sogar zweimal gesagt, wie die Produktion heißt. Habe ihm gesagt, er soll unten reinfallen, soll bis ganz nach oben, volles Programm und so weiter und ja, er hat es halt trotzdem nicht hingekriegt. Mein, 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 Du, was macht man damit? Kriegst du das wieder raus und in die richtige oder, also können wir das damit draufrechnen? Ich kann mal gucken, ob ich das da rausgekriegt, cool, kriege ich hier mit dem LKW. Die andere Seite wäre, was ist denn die Bezahlung für die Wodka, also für die andere Fabrik? Ich wusste gar nicht, dass wir sowas haben. Äh, warte mal. Vielleicht kriege ich da ja mehr Geld raus, sogar für die Rüben. Na ja, wenn du, äh, noch Hafer bringen kannst. Okay, wie, was wäre dann? Dann könnte man die Produktion starten, aber nur mit der Zuckerübenfabrik, also mit der Zuckerübenfabrik. Na, erzähl mal, was ist, wenn ich jetzt noch Hafer bringe? Ist das Verhältnis 1 zu 1? Na ja, Hafer muss noch ran und Wasser muss noch ran. Na gut, was ist deine Aufgabe? Aber, aber, was wäre denn, äh, was wäre denn dann der Preis, also für Wodka oder was da rauskommt? Äh, Moment. Wodka kann ich dir noch nicht sagen, weil wir bisher, äh, die ganze Produktion, also noch nicht finalisiert haben, weißt du? Also ich sehe noch keine Preise und das ist noch nicht an den globalen Markt angeschlossen, also an den Weltmarkt. Ja, 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 okay. Da wo ist, da hinten ist er, ja. Okay, also kann man das nicht sagen. Pass auf, ähm, überleg dir, äh, wie wir das abrechnen und sag mir dann einfach, na? Ja, ich guck mal, ich guck mal, ich hol es doch gleich wieder an, nicht? Nee, pass auf, ich, äh, äh, wir merken uns das jetzt einfach und, äh, es kommen ja noch einige Folgen. Ich habe mir alles notiert, wie viel ich jetzt bis jetzt insgesamt hier, äh, gebracht habe und das LV und so weiter und, ja. Ja. Okay, und dann machen wir das so. Und dann rechne ich aber zum Schluss, wird abgerechnet am Ende. Ja, ich guck mal, was ich hier machen lässt, so. Na, ich danke dir vielmals, ne? Jo, ciao. Bis dann, ciao, ciao. Ja, müssen wir gucken. Müssen wir am Ende sehen jetzt. Der ist halt, wie es ist. So. Die reicht auf jeden Fall. Also der Pflanzenschutz reicht auf jeden Fall. Habe ich die Weiße noch? Der reicht auf jeden Fall für... Da unten das Fell. Die 900 Liter Sorten reichen, oder? Wir schauen mal. Servus, grüß dich. Du, sag mal, ich habe eine Frage. Ja. Könntest du mir ganz schnell eine Palette Pflanzenschutz bestellen? Ja, klar, natürlich. Würde ich direkt bei dir am Händler laden. Das ist kein Problem, mach ich fertig. Und in andere Richtung. Genau, würde ich direkt bei dir am Händler laden und könntest du mir insgesamt vielleicht... Also könnte man insgesamt drei Paletten machen? Und du lieferst mir den Rest dann? Das, was du dann nachher nicht verbrauchst, solche liefern. Hä, wir ziehen aber, ne? Ich lade jetzt einmal kurz und den Rest kannst du mir einfach an den Hof liefern. Also Pflanzenschutz und zum Dreikanister, ne? Dreikanister Pflanzenschutz. Okay, die stelle ich am Hof hin und den Rest bringe ich jetzt am Hof. Genau, aber... Äh, ich habe zwar wieder so ein schwarzes Regallager, aber bitte nicht reintun, die Idioten haben das Weichrum aufgebaut. Okay. Ja, einer mit Profis, ne? Ne, klar, stelle ich ja dann davor oder so. Na, ich danke dir vielmals. Ja, gerne. Ciao, ciao. Tschüss. Äh, ich weiß nicht, ob die Halle Licht hat. Das ist eine gute Frage, Leute. Ich kann euch nicht sagen, ob die Halle Licht hat. Da müsste man reichen. Dann weizen wir jetzt erst schnell drüber. Und werden dann gleich Pflanzenschutzeckchen machen und dann passt das. So, der fährt auch. Ähm, einmal da runter, passt. Und der ist wahrscheinlich schon wieder voll. Der nicht, aber der andere. Wahnsinn. Wir haben zu tun, Leute. Brutal. 50.400 Liter, zweite Fuhre. Naja, ich mache beim Abkippen. Eieieiei, 7.000 Liter wurden abgerechnet. Genau, das sind, äh, ist nicht Dünger. Das ist der Pflanzenschutz gewesen, gerade die drei Paletten. Boah, ich sag euch. Das ist eine Hausnummer hier. Also wir haben... Der hat... Also mal ganz grob überschlagen. Weil die Folge auch vorbei ist. Ganz grob überschlagen. Sagen wir mal... Wir rechnen hier mal 15.000, haben wir 60.000 Liter. 260.000... 260.000... 300.000... 300.000... 300.000... 400.000... 450.000... 400.000... Ganz grob überschlagen. 470.000 Liter bis jetzt ohne McBlooms fuhren. 470.000 Liter Rüben haben wir bis jetzt runtergefahren ohne McBloom. Bro hier... 98.000 schreibt... Ein riesiges Lob an dich, dass du das so gemanagt bekommst. Dass du das so abgemanagt kriegst. Wow. Ohne Lohn. Also... 470.000... Und... Äh... Äh... Jeder und die Fuhren von McBloom noch. Und der muss auch freiweg eine nach der anderen machen. Also das... Ist mal ein... Das ist mal eine Ernte. Und ich vermute... Wir haben... Über die... Hä? Ich glaube es wird eine Million. Ich glaube wir werden über eine Million ernten. Wir werden über eine Million ernten. 37.4. Der fährt jetzt wahrscheinlich gerade schon die dritte Fuche hin. Wir werden über eine Million ernten. Wow. Also das ist meine Prognose, dass wir über eine Million ernten werden. Der hat ja auch schon drei Ladungen. 37.4 sind ja auch, sagen wir mal ganz grob, 100.000, 110.000, 470.000, 580.000 schon. Das lebt. Ey, das scheppert. Leute, das wird scheppern. Plus die 60.000 in der Wolle noch. Die Mittag haben. Schieb mal ein bisschen. Ja, jetzt stehe ich drauf. Ich warte mal hier. Ja, warte. Sag mal, was ist denn hier hinten in der Ecke? Sag mal, es kam hier ein Erdholz und hat einen Zaun verschwemmt. Ja, weiß ich auch nicht. Das ist eine Katastrophe immer. Das ist ja ein Kampf hier hinten. So, warte mal. Da fahre ich mal hier rum und stelle mal an die Seite, dass du wieder rauskommst. Ja, du musst dann stoßen zurück. Wie viele Fuhren hast du denn schon? Das letzte dritte. Krass. Gut, super. Dann, ja, danke dir erstmal. Ja, kein Ding. Immer wieder gern. In diesem Sinne, meine Lieben, sind wir auch erstmal fertig. Ich lade jetzt wieder ab. Und das war es erstmal. Das wird eine Menge Kohle werden am Ende. Ich glaube, das ist unser Kredit ist safe. Also, ich glaube, nur allein mit der Aktion ist unser Kredit safe abgehakt. Und was habe ich gesagt? Hat sich der Kredit nochmal für die zwei Fäder gelohnt? Ja oder ja. Das will ich jetzt mal hören in den Kommentaren. Lass das Däumchen da. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ja, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ich bin erstmal raus. Wir schauen mal ganz kurz auf die Kontostände der anderen. Sind wir ganz gut dabei. In diesem Sinne, vielen, 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 vielen Dank. Bis dahin. Tschüss und ciao. Euer Manus.